Setzen Sie die passende Präposition ein. Feste Ausdrücke mit Präposition, Artikel und Nomen. Beispiel zum Glück. Auf Bitte. Von mir aus. Ab und zu. Von nun an. Zum Glück. Vor lauter Glück. Zuhause oder Nachhause. Im Nu. Unter anderem. Auf Druck. In Kürze. Vor Ort. Aus der Not heraus. Unter Zwang. Unter Umständen. Aus Missgunst. Am Ende. Zum Schluss. An Ort und Stelle. Bei Gelegenheit. Bei Weitem. In der Mitte. Aus Neid. In der Nähe. Mit letzter Kraft. Mit voller Kraft. Bei Zeiten. Aus Verzweiflung. Vor allem. In Kraft. In Kraft. Außer Kraft. In Betrieb. Außer Betrieb. In Not. Außer Atem. Bei Gelegenheit. In Arbeit. Zum Beispiel. Zum Teil. Zum Erstaunen. Aus oder vor Freude. Beide Zeiten. Aus oder zum Spaß. Zum oder mit Vergnügen. Aus Fleiß. Aus Bequemlichkeit. Meiner Meinung nach. Aus Elafu. Bei Gelegenheit. Aussee. Aus Belarus.